Für immer Cousinen von Elisabeth Arkolaki und Chariklaja Arkolaki, übersetzt ins Deutsche von Stefanie König. Meine Cousine und ich sehen uns ähnlich. Meine Tante und mein Onkel sagen, wir sehen wie Geschwister aus. Meine Mama und mein Papa sagen, wir sehen wie Geschwister aus. Meine Oma und mein Opa, die ganze Familie, selbst unsere Freunde sagen, wir sehen wie Geschwister aus. Sogar eher wie Zwillingsschwestern, genauso wie unsere Mütter, als sie Kinder waren. Als wir klein waren, lebten wir Tür an Tür. Alles, was ich tun musste, um sie zu sehen, war, durch das hohe Gras vor unserem Haus zu gehen, das Tor zu öffnen und ihren Garten zu betreten. Wir trafen uns jeden Tag und spielten alle möglichen Spiele. Sie war meine Nachbarin und meine beste Freundin. Aber dann zog sie weg. Jetzt lebt sie in einem fernen Land und ich vermisse sie so sehr. Mama sagte mir, es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Sie schlug mir vor, zu versuchen, an jeder Situation etwas Positives zu finden. Und so tat ich das. Meine Cousine und ich haben wirklich Glück. Wir können trotz der Entfernung zwischen uns immer noch oft über Videochat miteinander reden, spielen und uns sehen. Wir reden über alles. Beim letzten Mal, als wir uns online getroffen haben, erzählte sie mir, dass es bei ihr Winter ist und sehr kalt. Alles ist von Schnee bedeckt. Sie fährt mit ihren neuen Freunden Snowboard und Ski und geht Eislaufen. Ich erzählte ihr, dass es hier Sommer ist und sehr heiß. Ich schwimme und schnorchle jeden Tag mit unseren Freunden von früher und wir beobachten die schönsten Fische im Wasser. Dann unterhielten wir uns über Tiere. Sie sagte, dass im Norden ihres Landes Säugetiere mit schneeweißem Fell leben. Eisbären, Polarfüchse und Robben. Ich hatte gehofft, dass sie mir auch von Affen erzählen würde, aber es stellte sich heraus, dass es dort gar keine gibt. Sie fragte auch nach ihrem Haustier, das bei mir geblieben ist. Ich sagte ihr, dass ihre Katze in sehr guten Händen ist und sehr viele Streicheleinheiten und Küsse bekommt. Und sonntags gehe ich immer noch in den Park und füttere die Enten, die wir beide so sehr lieben. Dann benutzte meine Cousine ein paar fremde Wörter und mit einem Akzent, den ich nicht erkannte. Ich war verwirrt. Sie sagte, dass sie sich nicht mehr erinnern kann, wie man Berg, Steine und Fluss sagt und dass sie jetzt viel mehr in der Sprache ihres Vaters spricht. Sie erklärte mir, dass es ihr manchmal schwerfällt, die richtigen Wörter in unserer Sprache zu finden. Ich sagte ihr, dass ich das verstehe. Ich lerne auch eine Fremdsprache in der Schule und es macht bestimmt Spaß, Wörter aus unseren verschiedenen Sprachen zu vergleichen. So erfanden wir das Malspiel, Wörtertausch. Meine Cousine malte einen Kaktus und dann sprachen wir beide das Wort laut aus. Kaktus klingt in all unseren Sprachen gleich. Ihre Eltern hörten uns und beteiligten sich an unserem Gespräch. Meine Tante ist Sprachwissenschaftlerin und erzählte uns, dass es zurzeit weltweit mehr als 7000 bekannte gesprochenen Sprachen gibt. Mein Onkel ist Sprachlehrer und forderte uns auf, noch mehr Wörter auszutauschen. Wir machten eine Zeit lang weiter mit Wörtern wie Blume, Wasser, Liebe und Freundschaft. Beim nächsten Videochat werde ich ihr dieses Bild zeigen, das ich für sie gemalt habe. Ich würde gerne das Wort Heimat mit ihr tauschen. Ich würde gerne das Wort heimat mit ihr, das ich für sie gemalt habe. Vielen Dank. tême